Wir befinden uns hier auf Phoenix West, einem alten Industriestandort, typisch fürs Ruhrgebiet. Und das Gebäude, in dem wir hier heute uns befinden, ist das Phoenix-Werk, ein Bürogebäude, das wir 2020 für uns selbst gebaut haben. Das Besondere an dem Projekt ist eigentlich seine Umgebung. Wir sind hier auf dem Gelände von Phoenix West und haben mit den alten Phoenix-Hallen dem Hochofen und dem Gasometer eine tolle Umgebung. Es war für uns eigentlich selbstverständlich, sich in diesem Kontext einzuordnen. Das war uns viel wichtiger, als ein Solitär zu schaffen. Das Spannende an so einem Projekt ist, dass man im Städtebau anfängt und im Detail endet. In dem Zusammenhang haben wir uns für die Beschläge von EcoSchulte entschieden. Das sind einfach tolle Produkte und auch die Zusammenarbeit mit EcoSchulte hat einfach prima funktioniert. Und ich glaube, am Ende lässt sich das Ergebnis einfach sehen.